So, dann hier nochmal. Ne, die Steine habe ich ja schon verbraten. Aber ich brauche noch Treppenstufen. Reichen 8? Ne, 8 reichen ja im Leben nicht. Mindestens 12. Wenn das überhaupt reicht. So, jetzt wieder hier gute Treppentechnik. Halt! Nein! Hoch! Ach, fuck! Ah! Ne, warte, muss ja. Dann mache ich das so. Dann nehme ich den hier weg. Dann mache ich das so, ganz einfach. Nein! Ich hasse das. Hä, was? Nein! Mein Gott, nochmal! Mein Gott, nochmal! Mensch! Mach doch mal richtig hier. Dann muss ich dafür erst mich wieder da hochbegeben. So. Damit ich das machen kann. So. Mein Gott, nochmal! Warum nicht? Warum ärgerst du mich so? So besser? Oder muss ich dir hier draufsetzen? Ach, guck mal, es geht doch. Ist doch gar nicht so schwer, oder? Jetzt kann ich mir hier echt so ein Ding rumbauen. Hier so ein Gerüst. Geil. Damit ich ja die blöden Treppen richtig gesetzt kriege, ey. Kriege ich ja Krebs von, Alter. Ah, meine Nase juckt. Aua. Jucking Action on the nose. So, und unsere Steine sind komplett fertig. Ne, das wird auf gar keinen Fall reichen. Und danach muss ich eigentlich erst mal Holzfarm gehen. Ja, ab ich. Na geil, jetzt habe ich da so ein scheiß Gerüst vor der Fresse, Alter. So. Halt das nicht weg. Wow. Verpiss dich. Nicht! Nicht hochgehen. Puh, Alter. Ne, was machst du hier, du blöder Block? Weg. Tschüss. Ah. Gib mir mal einen Block. Mein Gott. Jetzt geht er rauf. Tja. Jawohl, äh, geht doch. War das jetzt so schwierig. Oh, könnte eigentlich noch ein bisschen höher. Yeah, immer eine geile Mucke, Alter. Jetzt riecht ich mal abgehend hier. Bäh, 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 bäh. Und ich habe sogar noch 27 Holz für eine Tür. Ja. 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 Boah, ich stehe Hammer auf die Mucke, Alter. Ey, nö, fail. Ausgeleuchtet. So. Ausgeleuchtet. Holz kann da rein. Sand. Ja, wo kommt hier noch ein bisschen Sand dazu? Ne, warte. So. Oh, ich habe schon wieder zwei Fleisch. Ich sonst noch irgendwas, was weg muss. Die Kohle muss weg. Ähm, ein Eimer müsste noch ein Werkzeug. Den muss ich, glaube ich, vielleicht nochmal in Ausrüstung umbenennen. Genau, so wie das da rein kann. Meine Dierhacke will ich ja eigentlich verzaubern. Gäbel und so habe ich gar nichts mehr dabei. Grün Zeug, da kommt das mal nochmal mit rein. Was ist echt in der Glocke überhaupt? Obben hätten wir noch. Was wir Schluss machen müssen hier. So, aber was für Steine habe ich noch? Das kann auch weg. Noch Fackeln. Ein bisschen leckerer Pilzsuppe. So. Warte, ich hatte noch zwei Treppen, ne? Und ich hatte auch noch ein paar Schilder. Zwei Treppen und zwei Treppen und zwei Schilder, glaube ich. Ne. Zwei Treppen. Zwei Schilder. Marsch, boah, fliegst du im Weg. Fangen wir zumindest schon mal an mit der Einrichtung hier. So. Verarsch, ich verarsch mich nicht. So. Ja, eine schöne Bank zum sitzen und aufs Meer gucken. Ja, ich denke mal, ich mache so ein kleines Dach da drüber. Aber viel mehr werde ich wohl auch nicht machen. Jetzt kann ich hier nochmal das Glas kaputt machen. Weil das braucht hier ja auch keiner mehr. Kommt ja eh weg. Außerdem sieht das hier denn mit dem Fenster viel schöner aus. Ich habe kein Holz dafür. So ein Mist. So. Was brauche ich da sonst noch? Nochmal das Holz. Rein damit. Zack, zack. Spender, wo? Hoffentlich draußen. Bist du draußen, Pinna? Hey, du blöde Pinna. Oh, das ist noch Holz. Mein Holz. Das, bis das, Pinna. Oh, das habe ich ja vollkommen verplant. Hallo. Tschüss. Hey, komm her, du. Nicht explodieren. Dankeschön. Jetzt habe ich ja voll vergessen, hier auszuleuchten, ey. Boah, wie Panne. Hey, nö. So. So, jetzt leuchte ich hier auch nochmal schnell aus und dann mache ich auch Feierabend für heute. Ey. Meine Fresse. Ach, leck mich. Oder habe ich hier da irgendwo einen Fehler drin? Nein, habe ich nicht. Mein Gott, nochmal. So. Geh mir auf, die schöne Pforte. Ab in mein Haus. So, da müssen wir auch nochmal Trittplatten hin eigentlich. Aber ich habe nicht mehr genug Holz mit. So. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken und sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.